Die Europäische Zentralbank befindet sich an einem tiefen Dilemma. Sie verfehlt ihr Mandat der Preisstabilität bei Weitem, muss Handeln alle ihrer möglichen Maßnahmen implementieren und berücksichtigen, um dem Mandat wieder gerecht zu werden. Und dazu gehört auch das Helikoptergeld. Die Idee des Helikoptergelds ist es letztlich, das Bankensystem zu umgehen und Kredite, Gelder direkt an die Haushalte und privaten Unternehmen zu kriegen. Das hat große Risiken, könnte dazu führen, dass Regierungen die falsche Politik machen, ist schwierig zu implementieren. Wie kriegt man das Geld zu den privaten Haushalten? Aber es ist eine Idee, die, wenn sie funktioniert, durchaus der EZB helfen könnte, ihrem Mandat wieder gerecht zu werden. Was wir in Deutschland brauchen, ist eine offene Debatte über die Geldpolitik der EZB. Da müssen wir alle Maßnahmen berücksichtigen, auch die Möglichkeit des Helikoptergelds, mit der Idee, dass Europa endlich aus der Krise kommen kann. Und dazu muss die EZB nach wie vor einen wichtigen Beitrag leisten.